Star des Tages war Mittwochvormittag nicht die obligatorische 10-Euro-Gedenkmünze, sondern ganz klar der Schauspieler Markus Knüffgen, der als aktueller Botschafter der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger die Kierlegung für ein neues Seenotrettungsboot auf der FASMA-Werft in Berne unterstützte. Dann legte Knüffgen im Beisein von DGZRS-Vertretern und Werftmitarbeitern die Gedenkmünze, die zum 150-jährigen Jubiläum der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger im Jahre 2015 herausgegeben wurde, auf den dafür vorgesehenen Platz ein, wo sie dann ein Mitarbeiter der Werft fest verschweißt hat. Traditionell soll die Münze den Schiffbauern und Seenotrettern Sicherheit, Glück und Gesundheit verheißen. Der Bootsneubau ist ein modifizierter Nachbau der bewährten 9,5- bzw. 10,1-Meter-Klasse der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger und ersetzt wie weitere geplante Neubauten die älteren Einheiten dieser Rettungsflotte, von der bereits 20 auf Nord- und Ostsee im Einsatz sind.